Billy, wenn du dieses Video ansiehst, bin ich fürchte, ich schon tot. Tut mir leid. Billy, du bist mein bester Freund auf dieser Welt. Und ich möchte, dass du das Wertvollste bekommst, das ich besitze. Die Minnesota Twins. Soll das heißen, dir gehört das Team und das Stadion? Als mein Großvater starb, hab ich nur einen Pullover geändert. Zuerst möchte ich sagen, die ganze Sache ist ziemlich cool. Cool. Hiermit gebe ich bekannt, dass ich ab sofort der neue Manager der Minnesota Twins bin. Verschwinde. Irgendwelche Fragen? Billy, so einfach ist das nicht. Du bist ein kleiner Hosenscheißer mit einer großen Klappe. Verschwinde, bevor ich sauer werde. Es gehören viele Dinge zu so einem Spiel. Ich werde nicht vom Platz verschwinden, nur weil sie ein Großmaul sind. Wir werden nichts gewinnen mit deinem Kind als Manager. Kann ich bitte ein Autogramm haben? Wow, Shelly Hogeboom. Was für ein tolles Vibe. Mom, die beobachten uns. Niemand beobachtet uns. Ich weiß, ihr haltet mich für einen Witz. Lass mich spielen, ich treffe auf alle Fälle. Vielleicht bin nicht ich das Problem. Vielleicht habt ihr nur vergessen, wie viel Spaß ein Spiel machen kann. Wasser, Bombe, los! Ihr seid Spieler der ersten Liga. Versteht ihr nicht? Ihr müsst jeden Tag Baseball spielen. Was gibt es Schöneres? Luke Edwards als Billy in Little Big Boss. Baseball ist ein Spiel für Kinder. Also geht raus und spielt mit Freude. Ich hasse es.